Das ist Malu, das ist Irma und das ist Luna, genau. Wir können sie gut unterscheiden. Ja, aber man muss es merken. Ja, aber sie ist die dunkelste. Ja, die dunkelste. Sie ist ein wenig heller, aber gehört auch dunkel. Caramellfarbe Irma und die hellste ist Luna. Jetzt Leute. So small. Green targets. Haha, wow. Oh!